Moin liebe Community, es ist vollbracht, die 100 ist geknackt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch. Wie versprochen haue ich 5 Saatpakete raus. Wenn du mitmachen möchtest, schreibe in den Kommentaren, warum du das Saatgutpaket gewinnen möchtest. Diese Verlosung steht in keinem Zusammenhang mit YouTube, sondern ist von mir selbst organisiert. Um mit dir in Kontakt zu treten, bitte ich dich darum, meiner Facebook-Gruppe beizutreten. Spekt Datenaustausch, den Link verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Wünsche euch viel Glück. Bis dahin, der Kübel gerne.